Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 26. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1048. Heute mit den folgenden Themen Ted Lasso, Clubhouse, Personenerkennung und Huawei Watch Apps. Ich starte gleich mit Ted Lasso. Wer die amerikanische Seite von Apple aufgerufen hat in den letzten Tagen, genauer gesagt seit Freitag, der ist vielleicht über Ted gestolpert. Der charismatische Schauspieler der gleichnamigen Serie hat nämlich die Apple-Seite in Beschlag genommen. Da kommt man direkt auf sein Streaming-Angebot oder die zweite Staffel, die jetzt bei Apple TV Plus gestartet hat. Ich habe mich ja lange darauf gefreut und freue mich jetzt noch ein paar Wochen, damit ich nachher alles an einem Stück binge-watchen kann. Weil es wird gestückelt ausgeliefert, jeweils am Freitag. Ich bin gespannt. Weiter geht es mit... Ach ja, und bitte, keine Spoiler. Ich will mir das wirklich in der Ruhe anschauen. In ein paar Wochen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Clubhouse. Irgendwann letzte Woche, es kann sogar in der letzten Episode gewesen sein, habe ich euch berichtet, dass Clubhouse jetzt für alle geöffnet ist. Das hat die Plattform, das Social Network, ein bisschen zu ernst genommen und hat gleich alles öffentlich rausgehauen. Nämlich sind anscheinend durch eine kleine Datenpanne, oder das heisst eine kleine, eine grosse Datenpanne, alle Telefonnummern und der einzelnen Nutzer rausgeflogen. Anscheinend soll da die eben Datenbank öffentlich gewesen sein, womit sich jemand bedient hat. Und jetzt wird das Ganze im Dark Web angeboten. 3,8 Milliarden Einträge sind da drin. Nein, keine Angst, so viele Nutzer hatte Clubhouse nicht, aber es hat ja jeder, der das genutzt hat, sein ganzes Telefonbuch hochgeladen. Während ich, wie ich, ein sauberes Telefon gehabt habe, mit nur drei, vier Spezialkontakten drauf, die ich weiss, dass ich deren Daten veröffentlichen darf. Eben genau für solche neue Social Networks, die man einfach mal so ausprobiert. Ziemlich unschön, wenn das denn wirklich so ist. Es gibt auch schon erste Meldungen, dass das anscheinend nicht ganz so ist. Wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist. Weitere Neuigkeiten gibt es zu einer kleinen Verbesserung unter iOS 15, was ja in diesem Herbst, was heisst ihr Herbst, schon bald kommt, in einem Monat knapp. In der Fotos-App erklärt Apple, wie die verbesserte Personenerkennung funktioniert. Wenn das Wunder nimmt, ich habe den Blog in Posts dazu. Apple hat ja einen AI-Blog oder Maschinell-Learning-Blog, den sie ihr eigen nennen. Und da bringen sie von Zeit zu Zeit ein paar Blog-Posts und eben aktuell schreiben sie darüber, wie das die Personenerkennung verbessert wurde. Neu werden nicht nur die Köpfe, also das Gesicht der jeweiligen Person, angeschaut und gematcht, ob das passt. Neu wird auch der Oberkörper dazugerechnet. Und wenn dann beides matcht und noch die Metadaten dazustimmen, dann schlägt Apple euch das Ganze vor. Ich bin ja schon sehr gespannt, wenn ich das dann nicht in der Beta, sondern in der realen Version austesten kann. Huawei Watch Apps, das ist das neueste Video, was ich vorgestern auf dem Poughkeepsie-Network-YouTube-Channel gehauen habe. Für all diejenigen, die wissen wollten, und ich wurde ja häufig gefragt, was da alles für Apps gibt für die Uhr, jetzt könnt ihr es nachschauen, denn ich habe, wie gesagt, ein Video dazu gemacht. Wer mag, Link auf daily.geektalk.ch im Podcatcher eures Vertrauens, findet ihr den jeweiligen Link dazu. In diesem Sinne danke ich euch fürs Reinhören, euch wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Wochenstart und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.